Piep Das kann man unten hier Aber nicht lange Ist ja gar nichts im Fernsehen Wir haben hoch und hoch in der Mitte, bevor Sie hier sind Sie waren nicht mit dem alten Mann, die wir aus dem Büchern entfernt haben Bist du okay? Ich bin okay Wenn die Chancen nicht in der Drohkstor, denken Sie, dass sie hier sein können? Wir leben jetzt in einem Weltraum, wo wir gehen und gehen weg sind, es gibt Möglichkeiten Genau Wie bist du hier? Ich bin hier, um mit meinem Vater zu leben Ich bin hier, um mit meinem Vater zu leben Er machte die Technik und es machte Sinn Also bist du dein Vater? Probierst du die Chancen in diesem Ort? Nein, nicht wirklich Ich bin hier nur ein paar Monate und habe viel Zeit Auf dem Computer? Nein, nur... Ich mache mein Leben Was für dich? Ich bin hier aufgewachsen Ich habe hier versucht, nach Hause zu gehen Oh, also... Probierst du die Chancen? Oh, oh, das ist ein Bruder Oh, oh, das ist ein Bruder Vielleicht Vielleicht Ich bin hier aufgewachsen Ich bin hier aufgewachsen Ich bin hier aufgewachsen Ich weiß, dass es jemanden ist Und ich bin hier aufgewachsen, und sie all die Schaden Und... Ich habe ein Foto 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 Ja, im Fernseher Aber wie? Ich habe ein Foto Ich habe ein Foto Ich habe ein Foto Ich habe ein Foto Aber... Ich habe ein Foto Nein Nein. Niemand hat das überhaupt? Schau, Mann, es gab viele Dinge, die hier versuchen zu kommen. Und jetzt können wir nicht zurück nach der Straße gehen. Wir sind auch über ein paar egregiouses Feier-Code. Open Sesame. Das funktionieren nicht. Ich war verrückt. Es ist ein Brussel, aber nicht das Universum. Ich weiß, Doc. Jetzt hier noch was... Tür... Vielleicht, wenn wir den... Stein haben und könnten eventuell den da reinwerfen, vielleicht ist das dann lauter. Aber erst gehen wir rein. Komm. Let's head back inside. Okay. Wir könnten... Komm schon. Jetzt mit der rausgehen... Wenn der die Kumpo hat. Let's go, Babe Ledas! Was, das jetzt nicht so offen? Ah, wir sind dann hinten rausgegangen. Shit! Get down! Ich bin glücklich, dass du hier bist. Ich bin glücklich, dass du hier bist. Ich bin glücklich, dass du hier bist. Hallo? Ich bin glücklich, dass du hier bist. Da hinten war eine Axt. Ich bin glücklich. Ich auch. Man könnte ihr das Verkissen geben. Ich bin glücklich, dass du hier bist. Oder? Ich bin glücklich, dass du hier bist. Wir gehen nochmal da hin und töten den da. Warte mal, müssen wir... Wir gehen jetzt da hin. Das war's sick! Das war's sick! Nun. Ach, das ist was. Nehm das doch. So. Start plocken. Du solltest auf das. Ich habe einen Handy. Ich schaufe das mal zu dem Typ noch. Dann kann mir die Axt nehmen. Das war großartig. So. 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 So.